Hallihallo meine lieben Freunde, hier ist euer Gino und wir machen ein weiteres Let's Play von Amnesia, der Dark Descent. Wir sind letztes Mal hängen geblieben an der einen Stelle mit der Brücke, wir wussten nicht wie wir sie runterkriegen, ich hab mich informiert und nun machen wir weiter. Es hat sich ganz schön verrückt angehört, wir sind wirklich schon auf dem richtigen Weg gewesen, ich war einfach nur, ja man kann sagen zu dumm dafür es zu schaffen. Nun weiß ich wie es funktioniert und ja, wir versuchen es einfach mal, es hat sich aber wirklich unglaublich angehört, naja, ich zeig euch was ich meine. Wir sollen hier den Hebel wieder, ja ihr wisst jetzt, wisst ihr was ich meine? Genau die Stelle hatten wir nämlich schon mal, wir sollen da wirklich rüberspringen. Bloß beim letzten Mal bin ich hier auf dem Stein gelandet, dann ganz unten gelandet und beinahe tot gewesen. Nee, wir sollen die Brücke ganz nach oben lassen hier und dann es nochmal versuchen. Ist der sich sicher? Meine Güte. Okay, nee, was soll ich denn tun? Wer jetzt schief gehen kann es ja nicht. Auf dem Blatt, hello. Wow. Wow. Wir haben überlebt. Wir leben. Aber wir sind fast tot. Wow. Wow. Oh, na super. Halbtot in den Leichenraum, natürlich. Ja, passt ja perfekt, ne. Okay. Oh nein. Hoffentlich finde ich dann das. Ich fühle nicht gleich angefallen werden. Wow. Oh mein Gott. Was für verrückten Typen haben die hier reingetan. Nee, das gibt's ja nicht. Es tut mir jetzt wirklich gleich, meine Lampe geht nicht. Ich bin selber... Ey, nein. Ohne Lampe auch noch, man. Die geben auch kaum Licht ab. Klitzekleine Kerzchen hier. Okay, wir... Wir gehen einfach mal hier rein. Ach du Scheiße. Hier liegt was... Und da liegt auch was. Und da liegt noch mehr. Wo ist jetzt los? Hilfe, Hilfe! Wenn nicht, dann schreibe ich meinen Heiligen Vater mich in meinen Schlaf. Das waren nur die Ketten da oben. Was passiert hier? Was passiert hier? Okay, alles wieder gut. Alles wieder gut. Wir laufen langsam, weil... Oh mein... Okay. Eine Leiche? Ihhh... Der Körper ist... I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Was ist denn hier für eine Scheiße los, ey? Wer redet da mit mir? Ja... Die mysteriösen Todesfälle unter den Bedienstädten... Äh... 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 Aha... ... ... ... Warum sind sie alle tot? Ich weiß es nicht. Aber egal. Noch mal was zu lesen. Ich bin der Engelstaffte, meinen Männern der mögliche, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Die anderen werden umkommen. Schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spitzige... ... ... ... ... das Blut das wirkt lange genug als Schütz um die Kanadation ohne Infektionsrisiko zu wegwerfen das genügt so muss ich auch noch Blutspritzen oder was was für krasse Scheiße haben die mit mir vor ich fürchte um Daniel er ist so leichtsinnig er ist von sich nah an den Schatten verunruhigt und wird das Tor nicht durchschreiten können er wird es akzeptieren können mein Lieber ich habe das Böse in ihm gesehen wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können welche Ironie dass ich ihm das gleiche antun muss wie Agrippa mir wer will mich töten wer will mich töten wer will mich töten ach du Scheiße ja wunderbar ganz viele Leichen ist ja gar nicht schön gar nicht schön nein nein ich finde das nicht schön eine Pflanze hier also hier kann ich nichts machen noch mehr Leichen keine Ahnung haben wir noch irgendwas ich vermute eine Leiche in der Leichenhalle ist noch ein Tag alt und das feine Koffer aus der Leichenhalle der Heinehalle ist noch ein Tag alt ich finde einen im Stück jetzetle wo ist denn das was für eine kasse Scheiße das ist nicht nötig das Blut noch einmal zu injizieren oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott was ist das das ist doch kein Zombie mehr gewesen das ist doch kein Zombie mehr gewesen was macht der das ist noch da draußen so hat jemand geschrien Daniel was ist mit dir los ja so geht es mir auch Punkt 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 ist er noch da ? klar ist er noch da Gott sei Dank Gott sei Dank Gott sei Dank Gott sei Dank Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich bin ein bisschen benebelt. Ich kann nichts machen. Oder ich kann was machen. Oh mein Gott, ey. Wie ich gerade erschrocken bin. Das gibt es nicht. Daniel wird langsam wieder klar, oder? Komm schon. Enttäusch mich nicht. Wir können endlich da unten durch, Daniel. Wir schaffen es. Wir schaffen es zusammen. Bitte. Okay. Entschuldigung, ich muss mich erst wieder ein bisschen beruhigen. Das ist nicht mehr schön. Das ist echt nicht mehr schön. Daniel ist auch noch ganz aussichtig, so wie es sich verhält. So, alle ein bisschen schwindlig geworden. Gut. Oh mein Gott. Da hat einer geschrien. Mein Kind hat geschrien. Oh. Wir werden nicht mehr verletzt hier. So, Kanalisation. Oh. 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 Wasser, ich hasse Wasser. Wasser heißt immer, man muss Angst haben. Oh mein Gott. Na super, toll, wunderbar. Wisst ihr was, Leute? Ich kann das nicht. Ja, ich beende hier, denke ich mal, die Folge. Es war schön, wir sind sehr weit gekommen, jetzt wirklich. Wir haben einiges erlebt, wir haben schon wieder einen Zombie gesehen. Ich habe auch wieder mir fast Pipi in die Hose gemacht. Auf jeden Fall, es war es schön mit euch. Vielen Dank, ich werde erst mal Pause machen müssen. Hier war euer Gino vom Pixel Playground Team. Wie ihr wisst, immer abonnieren, liken, klicken, wir freuen uns über alles. Schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, hier war euer Gino. Ciao.